Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man die Fensterabdichtung für mobile Klimageräte anbringen und somit natürlich auch den Abluftschlauch durch das Fenster führen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe laut Herstellerangaben mal mein Fenster richtig ausgemessen und dementsprechend natürlich auch die passende Abdichtung dazu besorgt. Und um diese jetzt richtig am Fenster festmachen zu können, müssen wir zuerst mal unseren Fensterrahmen und vor allem auch das Innere von diesem Fenster hier ordentlich reinigen. Bedeutet einfach staub- und fettfrei, was am besten mit so einem speziellen Isopropanolreiniger übrigens geht oder im Notfall auch mit einem einfachen Glasreiniger. Wenn nach kurzer Zeit alles getrocknet ist, kann ich mein Klettband auch schon vorbereiten und ich fange in meinem Fall jetzt einfach mal links oben bei meinem Fensterrahmen an, das Ganze anzubringen. Und hierbei bitte darauf achten, dass wir nicht zu nah an die Wand bzw. an die Tapete herangehen sollten, da wir natürlich später beim Abziehen sonst am Ende noch Farbe mit herunternehmen würden. Für die Ecken das Band einfach schon an die gewünschte Stelle einmal hinhalten und dann können wir mit einer Schere das Ganze auch schon dementsprechend einfach kürzen und danach natürlich weiter anbringen. Das selbe Spiel machen wir bei unserem Fenster oben genauso. Um diese Ecke können wir normalerweise auch ohne Schere, ohne Probleme weiter fahren. Bei meinem Modell hat die Fensterabdichtung eine Seite A und eine Seite B und wir müssen eigentlich nur darauf achten, dass wir zuerst mit der Seite A beginnen. Diese kommt dann den Fensterrahmen daran und danach die Seite B noch anbringen. Diese wird an das Fenster angebracht. Wichtig ist nur, dass wir das Ganze einmal sozusagen halbieren. Bedeutet, wir suchen uns die Mitte von dieser Abdichtung und die Mitte beginnt genau bei dem Fenstergriff. Bedeutet, in der Mitte von der Fensterhöhe und von da aus können wir uns dann auch dementsprechend nach oben und nach unten vorarbeiten. Ich halte hier also mal genau die Mitte von meiner Abdichtung fest und jetzt schaue ich einfach, dass ich mal die Mitte, wo mein Fenstergriff den Rahmen berührt, anpeile. Das sollte hier ungefähr sein und von da aus kann ich dann nämlich auch, wie gesagt, ganz einfach das Ganze jetzt zum Beispiel nach oben beginnend hier anbringen. Wichtig ist, dass wir unsere Abdeckung relativ straff anziehen und dann auch ordentlich an das Klettband festdrücken, dass da natürlich nicht irgendwelche Zwischenräume entstehen, wo später auch die warme Luft wieder zurück in das Zimmer gelangen kann. Seite A passt und wir können mit der Seite B auch schon, wie gerade eben gezeigt, ganz einfach weitermachen. Meine Abdichtung ist etwas zu lang, das ist aber auch kein Problem. Ich rolle diese einfach ein und schaue, dass ich es hier über dem Fenster noch sauber verstecke. Um möglichst effizient zu arbeiten und den Schlauch von der mobilen Klimaanlage so kurz wie möglich zu halten, habe ich meine Reißverschlüsse mal relativ weit unten angesetzt und kann diese auch schon mal öffnen. Gebe den Schlauch ein paar Zentimeter durch die Öffnung hindurch und verschließe diese wieder so gut wie möglich. Und schon haben wir unsere Fensterabdichtung für die mobile Klimaanlage richtig angebracht, welche normalerweise auch etwas Wind aushält. Falls du das Fenster aber doch schließen möchtest, Schlauch einfach rausnehmen, den Reißverschluss schließen und wir können das Fenster auch schon zumachen. Wenn du dir für zu Hause eine Fensterabdichtung für die verschiedensten Größen, einen Isopropanolreiniger oder vielleicht sogar eine mobile Klimaanlage zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.